So Leute, hier sind wir wieder bei Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Nach meinem letzten Schnitt habt ihr ja noch nicht erfahren, wer der, laut Chalmy, der Mörder sein soll. Aber das werden wir jetzt in diesem Part nehmen. Somatomarum, der Mörder weit mitten unter uns. Und sein Name? Ist Sammy Fandler! Was? Was? Soll das ein Witz sein? Ich weiß, dass Beluga dich hat jeden Pflasterstein umdrehen lassen, um die Schatulle zu finden. Er hat dich geschunden wie einen Packesel und das hat dir nicht geschmeckt. Also wolltest du ihm zuvor kommen und dich mit seiner heiß geliebten Schatulle aus dem Staub machen. Das, das ist ein Skandal! Samuel, rechtfertige dich! Der Mann ist krank! Er versucht mich anzuschwärzen! Darum also finde ich die Schatulle nicht! Du hast mich hingehalten! Nein, ehrlich, ich schwör's! Bei meinem Lockenstab! Bitte, Onkel, du kennst mich doch! Ich bin zwar nicht vernünftig und so, aber sowas... Pah, die Geschichte kannst du mir in London erzählen! In der Zelle! Los, abarsch! Der Herr Schaffner war es also! Wer hätte das gedacht? Aber wenigstens ist der Schuft nun gefasst! Und wir können endlich wieder aufatmen! Professor, glauben Sie wirklich, dass Sammy zu so einer furchtbaren Tat entstanden wäre? Nun, wir haben lediglich dieses rissene Foto aus der Wohnung von Dr. Schrader und... Das ist die Schatulle der Pandora? Die sieht ja toll aus! Die Ziege auf dem Deckel ist ja niedlich! Oh! Flora! Ja? Danke, Flora! Irgendwas störte mich an der Sache, aber dank dir ist der Groschen nun gefallen! Wirklich? Aber was meinen Sie, Professor? Loslassen! Arsch! Hey, Sheriff! Ich hab keinem was getan! Ich wollte nur ein bisschen... Loslassen! Schnauze! Und mitkommen! Und hör auf, dich zu wehren! Einen Moment bitte, Inspektor Czerny! Ich fürchte, wir alle sind einem gewaltigen Irrtum aufgesessen! Was? Sehen Sie nicht, was ich zu tun habe, Layton? Was meinen Sie, Professor? Keiner der Anwesenden hat die Schatulle je mit eigenen Augen gesehen. Einzig dieses zerrissene Foto zeigt eine Abbildung davon. Ja und? Kommen Sie zur Sache! Gern, Herr Inspektor! Es gibt nur eine Person, die weiß, wie die Schatulle der Pandora wirklich aussieht. Der Täter selbst. Dieser hat die Schatulle schließlich mit eigenen Händen entwendet. Natürlich! Und ich habe den Schuft gerade am Schrawittchen! Au! Hey! Keine Gewalt! Schnauze halten, du Schatullenklau! Au! Schmerz! Nicht die Haare! Ich bedauere aber, Sam ist unschuldig. Ja! Was? Layton, erzählen Sie doch keine Märchenmann! Also gut, wer soll denn dann ins Kitchen? Verstehen Sie es nicht? Wenn der Schuldige tatsächlich unter uns weilt, hat er oder sie die Schatulle selbst gesehen. Und das trifft allein... Na? Auf dich zu! Was? Flora! Flora! Na? Schauen Sie sich das hier einmal an, Herr Inspektor. Das ist doch das Foto, das ich hier verlegt habe. In der Tat. Für alle, die es nicht wussten, dies ist ein Beweisstück, das der Inspektor selbst fand. Es ist ein Bild der Schatulle der Pandora und ich bin mir sicher, dass es keine Fälschung ist. Ach, und dieses Stück Tant ist also der Grund für den ganzen Schlamassel. Welch lachhafter Trödel! Und allein dieses alberne Froschgesicht auf dem Deckel. Oh, Professor! Wie ich sehe, hast du das Puzzle auch zusammengesetzt, Luke. Herr Inspektor, das Deckelwappen stellt keinen Frosch dar. Es ist eine Ziege. Eine Ziege? Ich erkenne da keine Ziege. Das ist der springende Punkt. Es fehlt nämlich der Teil, auf dem man die Augen der Ziege sah. Ohne den Mittelteil sieht das Tier wie ein Frosch aus. Ganz so, wie Sie sagten, Herr Inspektor. Oh, kurzer Schnitt, Leute. So, da bin ich wieder. Ich habe kurz mein Fenster zugemacht und den Sound ein bisschen lauter gestellt. Flora, Liebes, du fandest die Ziege auf dem Deckel so niedlich, stimmt's? Hä? Damit ist die Sache klar. Wenn du von der Ziege weißt, dann musst du die wahre Schatulle der Pandora bereits gesehen haben. Du, du! Wer bist du wirklich? Hahaha! Ganz schön clever, Layton! Ha! Musstest meine Tarnung schon wieder auffliegen lassen, wie? Na, könnt ihr euch denken, wer's ist? Ja, das ist. Na? Don Paolo. Sei verflucht, Layton! Fluch dir auf deinem albernen Hut! Don Paolo. Die Schatulle war mein und hättest du mich walten lassen, so hätte ich ihr Geheimnis geknackt. Dann hätte das Herzenvermögen mir gehört. Aber du hast meinen brillanten Plan ruiniert. Also hatten sie die ganze Zeit die Schatulle in ihrem Besitz? Ein wahrer Geistesblitz! Du stehst deinem Lehrmeister ja nichts nah! Nach! Hehe! Natürlich hatte ich sie! Ich habe sie mir geschnabbt, während er also auf dem Fußboden schlummerte. Der muss sich eine schöne Erkältung eingefangen haben. Interessiert mich auch kein Iota! Schlummern? Aber Dr. Schrader würde doch nie auf dem Boden... Hey, Moment! Wenn sie sich als Flora ausgegeben haben, wo ist dann die echte Flora? Die Kleine schnuppert gerade die gute Luft in einem der Kuhstelle in Dropstone. Ich habe sie dort verstaut, damit sie sich wenigstens mit den Kühen unterhalten kann. Sie ist bestimmt ganz sauer, dass ihr Blindgänger nicht den leistesten Verdacht geschöpft habt. Aber ich muss euch ja danken. Immerhin habt ihr mir die heiltollsten Infos geliefert. Falls werde ich das Geheimnis der Schatulle gelöst haben. Ich muss sie nur noch zum... Halt! Stehen bleibt Don Paolo! Ja! Ich habe eine Menge Fragen an Sie. Sie kommen mit mir nach London, verstanden? Schön hier geblieben! Ha! Hab ich dich, du Galgenstrick! Ha! Einfältiger Schupo! Don Paolo, er kommt jeder Schlinge! Au! Hey! Stehen Sie nicht bloß da rum! Der Halunke macht sich davon! Nehehe! Du Narr! Glaubst du, ein stupider Querulant wie du könnte mich jemals fassen? Adios, Leighton! Ha! 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 Don Paolo! Du willst dich davon machen! Ich krieg dich schon! Aber warten Sie auf mich, Chef! Ja, lauf, Forrest, lauf! Sehen Sie nur, wie die drei rennen! Ich bin ja ganz schön überrascht! Ich hätte nie gedacht, dass sich Don Paolo die ganze Zeit als Flora ausgegeben hätte. Und damit hat er uns schon das zweite Mal getäuscht. Ich hoffe, der echten Flora geht's gut! Wir müssen sie auf der Reise unbedingt zurückholen! Unbedingt! Aber ich glaube, im Moment ist sie dort am sichersten aufgehoben. Aber das, was Don Paolo über Dr. Schrader sagte, will mir nicht aus dem Kopf gehen. Es klang nicht so, als hätte er Dr. Schrader auf dem Gewissen. Aber wenn nicht er, wer dann? Du liegst richtig, Luke. Etwas anderes muss hinter Dr. Schraders Tod stecken. Und die Schatulle der Pandora scheint mir der Rätsel zu erlösen, der Schlüssel zu erlösen, um dieses Rätsel zu sein. Dann sitzen wir damit wohl auf dem Trockenen. Oh je, wenn Don Paolo doch nur nicht mit der... Professor, sehen Sie mal! Ach, guck mal an, was da liegt. Na, das nenne ich mal Glück. Don Paolo muss sie verloren haben, als er dem Arm des Gesetzes entfloh. Das ist sie also, die Schatulle der Pandora. Endlich, da ist die Schatulle, der Schlüssel zum Erbe meiner Familie. Wie bitte, mein Herr? Leighton, händigen Sie mir unverzüglich die Schatulle aus. Als Sohn des verstorbenen Herzogs Herzen bin ich der rechtmäßige Eigentümer dieses Objekts. Die Schatulle gehört den Herzen? Hörst du schlecht, Junge? In dieser Schatulle liegt der Schlüssel zum Erbe der Herzenfamilie. Ich als Angehöriger dieser Familie habe vor allen anderen Anspruch darauf. Oh, das ändert die Sache natürlich. Dann bleibt uns wohl nichts. Herr Peluga, was soll das heißen? Sie haben so wenig Anspruch auf die Schatulle wie ich oder irgendjemand sonst in diesem Zimmer. Was hält Ihnen ein? Behalten Sie Ihre vorlauten fünf Einwürfe für sich, Page! Nein, es tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass Sie die Schatulle für sich beanspruchen. Wenn das jemand darf, dann ist es der Herzog von Volsens. Und ich kenne Sie. Sie haben dieser Stadt den Rücken gekehrt und sie auf eigenen Wunsch hin verlassen. Ich finde, mit dieser schändlichen Tat haben Sie allen Anspruch auf das Erbe verwirkt. Ach, findest du? Du hast vielleicht Nerven, Kerl! Wenn Kranz die Wahrheit sagt, kann ich Ihnen die Schatulle leider nicht guten Gewissens überreichen. Onkelchen, was meinst du? Wollen wir diese Hetzerei nach der Schatulle nicht langsam beenden? Ich weiß schon gar nicht mehr, mit wem ich sprechen darf und mit wem nicht. Misch du dich nicht in meine Angelegenheiten, Samuel! Will, wer hält dich denn in Lohn und Brot, hä? Hey, ich wollte doch niemals Zugschaffner werden. Und ich hab's satt, immer nur den Laufburschen zu spielen. Ich halte es nicht mehr aus. Sammy Thunder ist nicht der Typ für einen öden Job. Sammy Thunder gehört auf die Bühne. Yeah! Achtung, einsteigen! Nächster halbt der Rock Olymp und Sammy Thunder fährt erste Klasse. Juhu! Rock, Samuel, was faselst du für unzusammenhängendes Zeug? Komm sofort zurück! Es tut mir leid, Herr Beluga, aber ich muss Ihnen die Schatulle leider fürs Erste vorenthalten. Pah! Tun Sie, was Sie nicht lassen mögen! Können! Möge die Schatulle Sie alle tausendmal verfluchen! Und... Der Schurke, der mit der Schatulle entfloh, war kein geringerer als Don Paolo, wissenschaftliches Genie und selbsternannter Erzfeind des Professors. Er versprach sich Reichtum von der Schatulle und verkleidete sich sogar als Flora, um Leighton und Luke zu überlassen... überwachen. Und... Ja... Beluga suchte ebenfalls nach der Schatulle, um durch sie den Weg zu den Reichtümern der Familie Herzen zu finden. Als Teil der Familie fühlte er sich als rechtmäßiger Erbe, doch diese Meinung wird nicht von allen geteilt. Ja... Die Hälfte der Geheimnisse haben wir schon gelöst, bleiben noch fünf. Also war es gar nicht Don Paolo, der den Doktor umbrachte. Vielleicht war es am Ende doch die Schatulle der Pandora selbst? Ja, anscheinend fand Don Paolo Dr. Schrader tatsächlich am Boden liegend vor. Vielleicht hast du recht, Luke. Womöglich birgt die Schatulle die Ursache für sein Ableben. Aber wir werden uns nie sicher sein können, solange wir sie nicht mit eigenen Augen untersucht haben. Aber sie wollen doch nichts... Oh doch, Luke, das will ich. Wir müssen die Schatulle selbst öffnen. Es ist das Letzte, was uns bleibt. Bitte warten Sie noch! Hm? Katja? Kann ich Sie irgendwie überzeugen, mir die Schatulle zu geben? Sie ist wirklich wichtig für mich. Dann verraten Sie mir doch bitte zuerst, aus welchem Grund Sie so an der Schatulle interessiert sind. Es tut mir leid, das darf ich nicht sagen. Aber ich muss Sie jemandem bringen, unbedingt. Und wem? Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, weil ich verspreche, dass der Flug danach aufgehoben sein wird. Wenn der Flug fort ist, dann ist alles vorbei und dann wird er... Meine Liebe, wovon sprechen Sie denn? Hilfe! Bitte! Jemand muss ihm helfen! Hilfe! Jemand wurde auf Schloss Herzen verschleppt. Der Vampir wird ihn aussaugen und ihm die Seele aus dem Leib reißen. Ach, wieso musste es ihn treffen? Er war so ein anständiger Kerl. Was? Nein, das kann nicht sein. Warten Sie, Katja! Wohin wollen Sie? Ui, sie ist schon fort. Ob sie Angst vor dem Vampir hat? Haben Sie verstanden, wovon sie sprach? Ich werde beim besten Willen nicht schlau daraus. Ich bin ebenso verwirrt wie du, Luke. Aber nach diesem Gespräch bin ich mir sicherer denn je, dass die Schatulle ein großes Rätsel wirkt. Und den Schlüssel zu all diesen Mysterien halten wir hier in unseren Händen. Es mag gefährlich sein, aber uns bleibt keine Wahl. Wir müssen die Schatulle öffnen. Ja, Professor! Gut, gehen wir auf unser Zimmer, da wo wir vor neugierigen Blicken geschützt sind. Luke und Professor Layton beschließen, in ihr Hotelzimmer zurückzukehren. Das werden wir tun. Und Katja. Die Schatulle der Pandora. Ja, Luke. Ich kann nicht hinsehen! Hä? Hä? Nichts drin. Die Schatulle ist leer. Und wir leben noch. Also trifft meine Vermutung zu. Was meinen Sie, Professor? Ein Stapelwürfel. Wir müssen zurück in die Stadt und uns weiter umhören. Ich habe einen Verdacht, den ich überprüfen will. Luke und Professor Layton beschließen, sich in False Sense nach weiteren Informationen umzuhören. Dann finden wir mal in der Stadt ein paar Hinweise. So. Ah, wir werden wohl erst mit ihm reden müssen. Ah, hallo, meine edlen Retter. Nun, dank euch hat mich der Sheriff Schnauz nicht ins Kittchen verbracht. Als kleines Dankeschön habe ich mal den Kurator suppliert, euch das Museum aufzusperren. Ist nicht die Welt, aber vielleicht findet ihr dort ja irgendwas, was euch weiterbringt. Schaut unbedingt mal rein. Danke, Sammy. Es wäre ja fast haarig für Sie geworden, was? Ich bin immer noch ganz baff, dass, ja, Beluga selbst der Herzenfamilie angehört. Ja, mein Onkel hat nie besonders viel darüber gesprochen. Ich weiß, dass er die Stadt nach irgendeinem Streit mit seinem Vater, dem Herzog, verließ. Seinem Bruder erwähnte er aber oft, er hatte ihn wohl lieb, obwohl er ihn verlassen hatte. Aber nun hat sich dieser faulige Vampir im Schloss eingenistet. Ich sage es ja nur ungern, aber der Untote hat den Herzog wohl kaum am Leben gelassen, als er einzog. Ein Tagbuchschlüssel! Luke und Professor Layton beschließen, erneut das inzwischen geöffnete Museum aufzusuchen. Das werden wir tun. Aber erst mal schauen wir uns die neue Seite an. Heute ist ein Tag der Freude. Nach langen Verben meinerseits stimmte das Mädchen zu, das ich liebe, mich endlich zu, mich zu heiraten. Ich muss mich sofort auf ihre Ankunft vorbereiten. Ich würde das ganze Schloss für sie umkrempeln, um es für sie gemütlicher zu machen. Ich werde außerdem ein besonderes Kleid für sie in Auftrag geben lassen. Sie wird darin zauberhaft aussehen, das steht ganz außer Frage. Gut, die Hälfte vom Tagebuch haben wir. Wir wählen noch sechs Seiten. Also, dann... Die beiden wollen hier einen Tee trinken. Was tue ich nur, was tue ich nur? Sie sehen betrübt aus, werte Dame. Können wir Ihnen behilflich sein? Nun, ich bin sehr wohl betrübt. Jedoch kann ich die Angelegenheit mit niemandem besprechen. Wie wäre es denn mit einem Tässchen Tee? Vielleicht könnte das Ihre Stimmung etwas heben. Mir reicht es langsam, das Problem noch länger zu durchdenken. Eine Pause könnte wohl nicht schaden. Ich möchte nicht fehlerisch sein, äh, klingen, aber ich habe gewisse Präferenzen. An einem Tag wie diesem wäre ein starker Tee mit einem Haus von Traumflaumen genau das Wichtige. Mein Tee muss stark genug werden, sonst will ich ihn nicht. Und ein wenig Traumflaumen wäre härtet. Tee? Ähm... Ich weiß nicht. Äh... Ich glaube, das wird nichts, oder? Nein. Äh... Ja. Ähm... Wisst ihr was? Ich mache einen Schnitt und wir kümmern uns vielleicht im nächsten Video darum. Bis denen, euer Ashcatcher. Är nicht llegges herself going, doch gar nicht in währenddessen. Ich mag okay er nicht. Us was.